Hey, hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Life is Strange 2. In der letzten Folge haben wir uns hier ein bisschen im Camp umgeguckt. Und wir haben erfahren, dass unser kleiner Bruder mit Finn beim See ist und deswegen sind wir jetzt dort unterwegs. Ich weiß nicht genau, wo das See ist. Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt gleich eine Katzin kommen und wir beim See sind. Ah, nee. Ah gut, ich dachte mit seiner Fähigkeit hätte er das gezeigt. Danke dir für das. Bist du okay, Daniel? Hey, ehrlich gesagt. Ich habe nie jemanden so gesehen, wie das. Zu Jungfemesser. Sechs Volltreffer, echt? Wow. Ich habe dich nicht gut trainiert, sechs Volltreffer. Ja, ich habe es besser gemacht. Glücklich. Du kannst nicht einen Baseball schießen, ohne mich in die Kugel zu schießen. Wie hast du gelernt, dass du so gut so gut schießen? Nicht wahr. Lüger. Du bist derjenige, der Baseball schießt. Ja. Ja, genau. Hey, wow. Was ist mit euch zwei? Ich sollte euch wissen, aber ich ihn sehen, wie ein Haar. Seriously, viel Respekt. Er hat meine eigene Blut. Und nicht, dass ich so cool und cool wie ein großer Bruder bin. Yo, Sean. Idea. Ich will sehen, ob Daniel hat die Fähigkeit der Familie von dir. Sicher? Sicher? Wie about a little demo? He can't do it. Come on. Let's give the man a chance. Okay. Yeah. I'll take a shot. Okay, wie zittern. Ich weiß nicht mal, was für eine Kasse ich klicken muss, um zu werfen. Drücke LT, um dein Ziel zu stabilisieren. Aha. Warte auf die perfekte Übereinstimmung zwischen den Kreuzen für maximale Wurfpräzision. Wurfpräzision. Was ist mit meinem Deutsch los? Okay, also immer wenn es so leuchtet. Und wenn man zu lange gedrückt hält, haben wir keine Kontrolle mehr. Okay, das heißt, einatmen und ausatmen. Ein bisschen niedrig, aber guter Wurf. Schön wär's. Zweimal ist können. Okay. Ich wette, hundertprozentig, Daniel wird seine Fähigkeit einsetzen, damit wir kein Bullseye wieder treffen. Wetten, es ist so obvious, weil Daniel es nicht leiden kann, dass wir genauso gut sind wie er. Ich habe zwei ältere Brüder. Ich weiß, wie das ist. So ein Wettkampf zwischen Brüdern. Ich wette, er wird seine Fähigkeit einsetzen, dass wir nicht treffen. Aber wir versuchen trotzdem zu hitten. Ja. Oh, fuck das! Ha, Miss, siehst du, ich regle. Sorry, Sean, du bist nicht ein Ninja, aber du bist trotzdem cool. Just ask your brother for help next time. Ja, was würde ich tun, ohne ihn? Hey, don't look at me. It's not my fault, wenn du nicht throw. After that workout, ich hätte auch die, die keine Geschwister haben können, das gut nachvollziehen. Oder hätten das sicher wissen können. Ja, wenn es cool ist, mit einem großen Brüdern. Ha, ich liebe dich, Mann. Was ist jetzt? Du findest das lustig? Du hast geschummelt. Du denkst, dass das lustig ist? Was ist? Stopp'n actin' stupid. Du hast es, Daniel. Du hast mich gemacht, Miss, in front of Finn. Was ist, wenn er herauskommt, was dann? Ich bin nicht stupid. Er wird nicht herauskommt. Du wirst nicht wissen, dass... Du wirst, Inano. Daniel, you need to listen to me. Stop telling me that. I hate it. Daniel, don't... Why? See? Stop, Daniel. Now. For what? I said stop, Daniel. Don't... Stop me! I'm sorry. I didn't mean to be that hard. I'm okay. It's fine. I told you. You're... Good. But you don't have control over your powers yet. Yeah! But... We stopped training since we got here. You'd rather... Hang out with your new friends. Well, because we need to fit in if we want to keep that job. Okay? But you're right. Hey... Let's, uh... Do some training later today. Cool? Yeah. Let's go by the late again. But... Sean. How long are we gonna stay here? Keine Ahnung. It's been like a month. I know, but... Wir brauchen ja das Geld für, ne? Deswegen sind wir ja da, um zu arbeiten. Ja? Ich hab nein gesagt. Schon wieder? Machen wir mal so. Weil ich der Ältere bin. Ich bin der Erwachsene. Ich muss mich um dich kümmern. Dude, that's how it is. I'm the adult now. Okay? Yeah. Well... That sucks. So is it's clean. Finn treats me like an adult. He understands. Uh-oh. Big joke. Nach der Uhr fragen. Nichts sagen. Nichts sagen. Hey, Daniel. Remember what I said. Low profile. Yeah. Okay. We're cool. Okay, Big Joe. Wer ist ein Big Joe? Den Namen kenne ich. Also, der kam da schon mal vor. Aber ich kann den gerade nicht zuordnen. Ich habe den Hintergrund von ihm vergessen. Ich glaube, das ist der, der uns den Job gibt. Also, der, der uns die Arbeit gibt. Der Big Joe. Mal gucken. Sehen wir ihn jetzt mal zum ersten Mal, denke ich dann. Ich wünsche, wir könnten ein bisschen schneller laufen. Ah, er holt uns sogar ab. Und dann bringt er uns zu seinem Hof. Ah, nee. Die zwei sind die, äh, Europäer. Also, okay. Cool, ja. Ja, alle sind da. viel. We're late. Ich bin der Tag. We're late. Wir sind unterwegs. Also, wir sind hier gerade stol Ill City. Wir sind rabbits. Wir sind hier. Wir sind nicht adjacente, issues Paradutt. Wir sind hier 50 Sekunden. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind wichtig. Was? So, at this point in life? Whatever, dude just give me more booze. Ya know? Yeah I don't bull shit you. Some gutter punk jumps in the bus You're not listening to anything I say are you? What? Yes, I am. The party. vielleicht ist ein großer junge ich halte die augen offen er ist ein großer junge tja wie ein außenseiter werde zu einem dreckigen ich fühle mich frei na ja frei fühlen wir uns ja nicht wirklich glaube ich aber nehmen wir mal ja die anderen beiden waren nicht gerade besser deswegen nehmen wir uns ich fühle mich meine güte das ist das was ich meinte so verfehlen wir uns nicht mehr kann man sie nicht mal unterhalten vor hier und er hat eine Lizenz, um zu kuchen. Was ist das? Ich habe dir 1000 Mal gesagt, Bigfoot ist ein Klau-Foot. Sie kommen aus der Faktor in Silicon Valley. Das ist ja nicht gemeint, Bigfoot ist nur ein Schläger. Vielleicht ist er nur der Faktor in der Reject. Er ist nur ein Goon, Leute. Ich glaube, er hat gearbeitet für einen Gang. Ich müsste etwas falsch sein, um hier zu kommen. Duh. Boring. Ja, Boring. Du bist alle in Liebe mit Big Joe. Du kannst nicht mehr über ihn sprechen, ich versuche. Aber der Faktor ist zu großartig. Ja. Komm schon. Ja. Das ist ein Geheimnis. Hey, schau dich da nach hinten. Enjoy den Boden für eine Veränderung. Ja. Okay. Und hier arbeiten wir dann. Ich bin gespannt, was unsere heutige... Das Wasteland. Ich bin gespannt, was unsere heutige Aufgabe hier sein wird. Oha, der hat sogar eine Waffe. Damit wir nichts klaren oder so. Äh, eingreifen, nichts tun. Wir greifen ein. Hey. Komm schon. Das ist nicht cool. Äh, wirst du mich wirklich verdammt, Cheech? Huh? Vergiss es, Sean. Wirklich. Wir sind zu late. Er hat eine geile Waffe, aber dabei. Du würd ich ihn gerne abnehmen. Hey. Du wirst uns hier rauskriegen. Well, ich wollte ihn nur. Was? Du bist eine weiße Nacht? Ich kann mich selbst beantworten, Sean. Bro. Dieser Mann hätte dich aufgewandert. Tja. Dieser Ventilator sieht so richtig aus wie eine Blume. Irgendwie geil, aber auch irgendwie ablenken. Oh, danke, dass du gekommen bist. Ich bin nicht auf deinem Weg, richtig? Nein, nein, wir sind entschuldigt. Wir haben nur... Du wirst nicht bezahlt werden. Du wirst nicht aufgewandert. Du wirst nicht aufgewandert. Du wirst nicht aufgewandert. Hör auf. Ich brauche zwei Teamen heute. Finn, Penny, Anders. Dann, was dein Name wird das Beste aus dem Sturm. Die resten, du wirst du sitzen und schraubst. Wie ich will ein paar Sachen holen auf dem Kemp. Hey. Du willst in den Platz? Shut up, Daniel. Du hast ein Problem, kid. Ja! Ich muss rausgehen. Hey! You guys still don't get it. This is work, not a goddamn summer camp. You're not special. There are dozens of hippies like yourselves begging for work in the next town. Kid, your dad should teach you to shut your mouth. Then, you better watch your guys. Of course, boss. No problem. Okay, so move it. Yeah, you heard the man. Stop talking around and get in your teams. Okay? Okay. Okay. Also ist er der Chef. Und der andere nur sein Bodyguard. I know we're gonna talk. Remember, I'm only letting you and your brother work here because Finn put in a good word. Ich weiß, wir haben es wirklich geprägt. Danke. Ja, ja, keine Arschkissen, bitte. Just watch out. Nächste Zeit, wenn dein Bruder f***s ab, ihr beide gone, ASAP. Schau, ich versuche nicht, dass du deine Balls buchst, aber das ist ein Pottfarm, und er ist ein fucking Kind. Du hörst mich? Ja. Verstanden. Danke noch mal. Total. Danke dir wieder. Du hörst mich? Inwiefern scheiße ist er in Achim? Right. I'm gonna go check on him, then. How old is he anyway? Oh, uh, nine. He's nine years old. Jeez, tough age. Gotta keep a close eye on him. Äh, haben sie Kinder? Äh, ja, nicht recht. Ja, nicht ein leichtes Ding zu tun, hier zu tun. Ich weiß, es gibt kein Platz für Kinder. Das ist, warum ich meine in New York stehe. Ist das hart? Natürlich ist es. Aber es wird nicht immer wieder sein. Okay, Hey, I'm not your buddy. Get the fuck out of here. You got a lot of work to do today. Alright. Um, thank you. Okay Ja Hey Are you okay? Now for the fun part I need this all done by tonight No excuses So get on it All right We good Finish playing boss with his crew I told him they'd all work late If they didn't finish on time I hope so Okay I gotta make some calls Well What are you waiting for? You know the drill What? Dude You're such a ass I feel like I'm in prison Tja Arbeit soll ja auch kein Spaß machen I feel you Daniel Sometimes I get stir crazy in here too I know you guys are having the time of your life here But I'm not So shut your mouth And give me some quiet For fuck's sake Okay? Well why do you stick around then? None of your damn business Weil es hier wahrscheinlich WLAN gibt Und draußen nicht Okay Versuch mir einen Rekord Wir haben null Blüten Benutze L Aha Also LT ist da Aha Okay Oh Falsch Eins Okay Nächste Nehmen Ah Zu früh Ich höre gar nicht mal zu Was die das sagen Wow Wir sind glücklich Genau Und dann fallen deine Hände aus Falsch All das Möchte einen Rekord schaffen Möchte einen Rekord schaffen Okay Komm 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 Das ist wenigstens einfach Nicht so wie das Event in Genjin Impact Diese Musik Gewinn Aber jetzt auf einmal Wenn man Ist es okay Okay Wir können Wir müssen auch dann Die Schere reinigen Aber erst machen wir das noch fertig Okay Wie reinige ich denn die Schere Hier Wasser Okay Mach langsam Mach langsam Es ist okay Okay Du musst unseren Rekord nicht brechen Bist ja eh so ein guter Messerwerfer Dann kannst du uns auch hier Die Arbeit überlassen Wir haben nicht mal zwei in einer Reihe Ah verdammt Frag mich was die anderen machen müssen Draußen Don't ask me to smile for the camera All day long Uh Ferti I don't know We get paid to give haircuts to marijuana It's kind of cool Yeah I'd rather be this all day than be in a stupid classroom Exactly We don't have any homework Or teachers Sure Just Marilyn Big Joe Ah verdammt Okay Schere säubern Ich mag die Haare so wie die sind Um ehrlich zu sein Ein bisschen kämmen oder so Aber sonst finde ich eigentlich die Länge Seine Haare irgendwie cool Wir sehen Sie scheint müde zu sein Hat wohl vielleicht nicht so gut schlafen können Sieben Stück haben wir schon Wir sind gut in der Zeit Glaub ich Aber für real Wenn du deine Finger schlafen und gehst Anywhere Cassidy Wir bekommen das Over and over You don't want to be here Wir können I can't So what? So I'm allowed to dream a little You won't get her Herr, ich versuchte. Was für Luiziana? Das muss so schön sein. Komm her, was ist das? Ich würde mich sehen, die Pyramiden. Oder... die Oberfläche von Fuji. Sean Diaz. Ein globaler Reiseur. Ja. Stuck in Humboldt. Nein. B***h, B***h, B***h. Niemand macht dir B***h hier. Ihr seid alle das gleiche. Cool, wir werden Trimmigranten. Dann hast du für ein Monat nicht gearbeitet. Das ist mein Leben. Komm her, für einen Sekunden. Ah, Scheiße. Es ist immer was. Wir haben irgendeinen Stift genommen. Eigentlich wollte ich das andere nehmen. Woah, woah. Schau. Sie scheinen sich nicht gut zu verstehen, die Beine, ha? Sie scheinen sich nicht gut zu verstehen, die Beine, ha? Uh-huh. Nicht so. Siehst du immer für eine Entschuldigung. Oh, es ist 4.20 Uhr. Hey, Sean. Los geht's. Oh, mein Arm hat. Wah, wah. Geh aus meinem Krack, Mann. Wir haben hier seit zwei Monaten gearbeitet. Ich kam nicht nach Kalifornien, um zu leben, auf einer f***igen Farbe zu leben. Ich wollte etwas Wasser sehen. Was? Ist er hier für immer? Ein Haus? Was? Stopp! Du weißt, wir haben gewählt, um zu bleiben. Wenn es legal ist, haben wir keine Arbeit mehr. Warum sagt sie auf einmal Stopp? Sie hat doch angefangen mit dem Rumgemecker, oder? Wäre am besten, wenn beide aufhören würden. Das hilft jetzt so nichts, der Streit. Oha. 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 Entspannt euch. Äh, sie braucht Freiheit. Hey. Everybody chill. Let's not get.... Kein Schritt zurück. This is our business. Just grow up, kids. Stop acting like a princess. thanks mom anything else yeah we don't have the time did you fall out of the wrong side of the tent or what shit you're clueless you know you were you were yeah we have schon elf blätter gereinigt nice okay hätten wir nicht so viele fehler gemacht hätten wir sogar 12 oder 13 blätter machen können aber elf ich bin zufrieden mit elf okay ich weiß gar nicht wie lange wir jetzt hier geschnibbert haben cheer up my little sean trust me it's not as bad as you think other farms in the area is just straight down exploit your ass look these baby soft hands trimming sucks at least i didn't cut myself again today oh you'll get scars but you'll get it part of the fun ain't sexier later big joe smile asshole so did you have a good day at work honey äh die Mädels sind cool denn er hat äh rumgeheult äh familienfeder mhm die Mädels sind cool wie war dein tag äh kiss ist ein tv show maryl was sauer wie war dein tag ich glaube die arbeit drinnen ist angenehm als draußen auch wenn einen die hände und finger danach wehtun für die familie you totally hooked us up job cash friends safety john everybody's cool with you two daniel is your secret weapon i don't know he's way too young for this bullshit you gotta be zen about this the more you try and control him the less you have he's deep huh swear he acts just like me that's how i know he's smart and he's also got a kick ass hermano yeah my brothers are like that äh was ist deine äh geschichte er hört nicht auf mich maybe but he doesn't listen to me anymore don't worry you're in a your new group he's trying to fit in our zone but you're doing it too mhm trying to be your own person not just daniels big brother sure but i try to be both you know you're a good guy john diaz you just need to trust yourself more i know losing your family is tough but the world is yours to create a new one you know what i mean yeah well i was pretty sheltered growing up but now i'm starting to totally love seeing the world genau und ich würde sagen wir machen hier ein cut er wollte zwar noch was sagen aber es hat gerade gespeichert daher mache ich hier jetzt mal ein cut und ja in der nächsten folge gucken wir dann was er noch so zu erzählen hat ich verabschiede mich für diese folge bis zu einer weiteren ciao wow yo yo wo 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 Bis zum nächsten Mal.